... zur Distanz, den hat der Keeper spät gesehen. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen, auch und besonders da nicht. Ja genau, sowas wollen wir hier sehen. Was für ein Distanzschuss. Große Freude auch am Spielfeldrand, er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, das müsste es doch eigentlich jetzt sein.